Mein Name ist Kilian und ich befinde mich im Moment mit meinen Kolleginnen Tanja und Alena im schwedischen Vännersborg. Wir besuchen hier die Familie des Onkels von Yusuf. Der ist vor vier Jahren hergekommen, hat vor drei Jahren dann seine Familie nachgeholt und man muss sagen, die sind hier super integriert. Er hat sein eigenes Business aufgebaut, Import-Export, hat riesige Lagerhallen, sie arbeitet in einer Schule und die Kinder gehen hier zum Kindergarten. Was mich total aber beeindruckt an der ganzen Familie, trotz dessen, dass es ihnen hier so gut geht, wollen sie unbedingt zurück nach Syrien. Auch, wenn der Krieg noch nicht zu Ende ist. Wie es mit der Familie weitergeht und wenn ihr mehr über sie erfahren möchtet, dann schaltet doch einfach ein zu Episode 5.